Eine Leinenführigkeit, ja ich glaube besser kann man eine Leinenführigkeit kommen zeigen, die habe ich vorzüglich. Ich denke, hier hätte man schon fast einen Film von drehen können, wie man eigentlich laufen sollte. Die Freifolge, auch die ist ohne Beanstandung. Die Übung zum Sitzen bleiben, eine gute Grundstellung, eine gute Entwicklung, insgesamt ein sehr aufmerksames Sitz. Auch diese Übung habe ich vorzüglich. Dann haben wir Ablegen, die Verbindung mit herankommen, bis auf das der Hundeführer, der gar nicht nötig hat, seinen Hund nachher noch mal zu korrigieren, um in die Grundstellung zu kommen. Das war eigentlich nicht nötig, ich hätte es gar nicht machen wollen. Dadurch verliert der Hundeführer, der Hundeführer, nicht der Hund, der Hundeführer einen Punkt und die Dauer und die Ablegen unter Ablenkung. Da war am Anfang, nachdem er abgerichtet worden ist, da hoppt er so ein ganz kleines bisschen nach vorne. Da hat er sich eine bessere Schnelle gesucht. Auch diese Übung habe ich dann hiermit sehr gut überbleiben. Heute 58 Punkte. Oh Mann!